Jetzt wird es kontrovers, meine lieben Freunde, für alle Leute im Chat, die nicht geimpft sind. Sie werden von der Propaganda zum Sündenbock gemacht und von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt. Denken Sie daran, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Kurze Ansage an alle Leute, die es jetzt vielleicht in den Highlights sehen. Ich sitze hier nicht oberkörperfrei, weil ich flexen will oder weil ich irgendjemanden triggern will. Grüße genauso an Szenik an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Ich sitze hier, weil ich in Mexiko bin, oberkörperfrei und weil es hier 35 Grad sind und brutal warm. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe mir vorhin ein Video reingezogen. Jetzt wird es kontrovers, meine lieben Freunde. Für alle Leute im Chat, die nicht geimpft sind, ich habe ein bisschen was für euch im Start, Digga. Ich muss euch jetzt an der Stelle mal ein bisschen Kraft geben, einfach. So. Und rein da, Digga. An den Bewertungen seht ihr aber schon, ist es auf jeden Fall, ja, wir gucken uns an. Offener Brief an die Ungeimpften. Sie sind nicht allein. Mit Stand vom 28. Juli 2021 haben 29 Prozent der Kanadier keinen Covid-19-Impfstoff erhalten und weitere 14 Prozent haben eine einzige Impfung erhalten. In den USA und in der Europäischen Union ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft und selbst in Israel, dem Weltlabor laut Pfizer, ist ein Drittel der Menschen völlig ungeimpft. Politiker und Medien haben eine einheitliche Sichtweise eingenommen und die Ungeimpften zum Sündenbock für die Probleme gemacht, die nach 18 Monaten der Angstmacherei und Lockdown-Maßnahmen entstanden sind. Es ist an der Zeit, die Dinge richtig zu stellen. Es ist völlig vernünftig und legitim, sich gegen unzureichend getestete Impfstoffe auszusprechen, für die es keine zuverlässige wissenschaftliche Grundlage gibt. Sie haben das Recht, über Ihren Körper zu bestimmen und medizinische Behandlungen abzulehnen, wenn Sie es für richtig halten. Sie haben das Recht, Nein zu sagen, wenn Ihre Würde, Ihre Integrität und Ihre körperliche Autonomie verletzt werden. Es ist Ihr Körper und Sie haben das Recht zu wählen. Sie haben das Recht, für Ihre Kinder gegen deren Massenimpfung in der Schule zu kämpfen. Sie haben Recht, wenn Sie sich fragen, ob eine freie und informierte Zustimmung unter den derzeitigen Umständen überhaupt möglich ist. Langfristige Auswirkungen sind unbekannt. Transgenerationale Auswirkungen sind unbekannt. Die durch die Impfung verursachte Deregulierung der natürlichen Immunität ist unbekannt. Mögliche Schäden sind nicht bekannt, da die Berichterstattung über unerwünschte Ereignisse verspätet, unvollständig und von Land zu Land uneinheitlich ist. Sie werden von den Mainstream-Medien, den Social Engineering-Kampagnen der Regierung, ungerechten Vorschriften und Richtlinien, kollaborierenden Arbeitgebern und dem Mob in den sozialen Medien ins Visier genommen. Ihnen wird gesagt, dass Sie jetzt das Problem sind und dass die Welt nicht wieder in Ordnung kommen kann, wenn Sie sich nicht impfen lassen. Sie werden von der Propaganda zum Sündenbock gemacht und von Ihrem Umfeld unter Druck gesetzt. Denken Sie daran, mit Ihnen ist alles in Ordnung. Sie werden fälschlicherweise beschuldigt, eine Fabrik für neue SARS-CoV-2-Varianten zu sein, obwohl Ihr natürliches Immunsystem nach Ansicht führender Wissenschaftler tatsächlich eine Immunität gegen mehrere Komponenten des Virus erzeugt. Dies fördert Ihren Schutz gegen eine Vielzahl von Virusvarianten und verhindert eine weitere Ausbreitung auf andere Personen. Sie fordern zu Recht unabhängige, von Experten begutachtete Studien, die nicht von multinationalen Pharmaunternehmen finanziert werden. Alle von Fachleuten begutachteten Studien zur kurzfristigen Sicherheit und Wirksamkeit wurden von diesen gewinnorientierten Unternehmen finanziert, organisiert, koordiniert und unterstützt. Und keine der Studiendaten wurden veröffentlicht oder Forschern zugänglich gemacht, die nicht für diese Unternehmen arbeiten. Sie haben Recht, wenn Sie die vorläufigen Ergebnisse der Impfstoffstudien infrage stellen. Die behaupteten hohen Werte der relativen Wirksamkeit stützen sich auf eine geringe Zahl von Infektionen, die nur sehr vage bestimmt werden. Die Studien waren auch nicht blind. Das heißt, die Personen, die die Injektionen verabreichten, wussten oder konnten daraus schließen, ob sie den experimentellen Impfstoff oder das Placebo injizierten. Dies ist keine akzeptable wissenschaftliche Methodik für Impfstoffstudien. Sie haben Recht mit ihrer Forderung nach einer Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen. Wie in der Natur brauchen wir eine Polykultur von Informationen und deren Interpretationen. Und die haben wir im Moment nicht. Die Entscheidung, den Impfstoff nicht zu nehmen, schafft Raum für Vernunft, Transparenz und Verantwortlichkeit. Sie fragen zu Recht, was kommt als nächstes, wenn wir die Autorität über unseren eigenen Körper abgeben? Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Sie beweisen Widerstandskraft, Integrität und Entschlossenheit. Kommen Sie in Ihren Gemeinden zusammen und schmieden Sie Pläne, um sich gegenseitig zu helfen. Setzen Sie sich für wissenschaftliche Rechenschaftspflicht und die Meinungsfreiheit ein, die für das Gedeihen der Gesellschaft unerlässlich sind. Wir gehören zu den vielen, die an ihrer Seite stehen. Das wollte ich jetzt einfach mal unkommentiert laufen lassen, für jeden, der es vielleicht braucht, Digga. So, da muss man jetzt auch nicht krass drauf eingehen oder so. Das wollte ich jetzt einfach mal abspielen, euch zeigen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. So, einfach ein bisschen Liebe für euch. Und der ist das, Digga. Ich will da jetzt auch gar nicht groß rumdiskutieren. Einfach. I got you, man. Ihr seid nicht unnormal. So. Ich bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackeln mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby, girl, drip drop.